Die hier zu erwerbende Einzimmerwohnung befindet sich in Dobel. Die Wohnung wurde 1994 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Die hier zu erwerbende Einzimmerwohnung befindet sich in Dobel. Auf Fläche von ca. 40 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 52.500 Euro. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.